Hallo Leute, hier ist wieder euer Sebastian bei BastiTV, der Kanal nicht für Kinder, nämlich Leute über 13 oder die 13 sind. Genau, heute werden wir einen Tandem auspacken und schmücken und ich mache auch einen TikTok, ganz easy. Und ja, wir werden erstmal auspacken, wo ist die Schere? Schere weg? Ja, hier Schere. Und dann werden wir den Tannenbaumstück für Schnürk abschneiden, mit Scherz. Natürlich werden wir das hier abschneiden, was natürlich nicht so einfach geht, weil das Plastik ist. Hallo. Hallo, wie kreiert ihr eigentlich Weihnachten? Also wir normal, also wie eigentlich fast jeder feiert, also nichts Besonderes jetzt. Also nicht so, dass wir noch irgendwas Besonderes dazu packen, also ganz normal, wie jeder es eigentlich feiern tut. Gut, ja, feiern tut. Gutes Deutsche. Und ja, ist ganz schwer, das hier abzumachen. Und ja, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, könnt ihr jetzt auch in die Comments schreiben. Und ja, auch Link zu meinem Shop. Ah, Mann, diese... Ach, komm da nicht ran. Ja. So Leute, der Tannenbaum ist finished. Wie findet ihr den Tannenbaum, schreibt es unten in die Comments. Und ja, auf jeden Fall, ich finde, er ist schön. Und auf jeden Fall werden wir hier auf dem Boden ein bisschen Schmuck hinzaubern. Und zwar, da unten kommen die Lichterkarte hin. Dann noch die Kugeln. Und dann noch das Krimskrams. So, das war's jetzt alles. Also das war alles. Und jetzt schmücken wir. Erstmal machen wir die Kugeln, also die packen wir erstmal aus. Auf jeden Fall schickimicki. Und wir sehen uns, wenn wir es fertig aufgebaut haben. Viel Spaß dabei. So Leute, jetzt muss ich erstmal diese ganzen Dinger hier ran machen. Dann können wir die Kugeln hier ran machen. Und wir haben schon die Lichterkette. Ist schon fertig, wie ihr seht. Und zwar mache ich mal das Licht aus. Und das sieht jetzt richtig geil aus. Ja. Licht. Und, ja, das ist bis jetzt fertig. Aber auf jeden Fall wird da auch mehr kommen. Und, ja, ich mache jetzt hier diese Dinger da dran. Und das wird auf jeden Fall sehr langweilig. Aber okay. Wenn man keine Hobbys hat. Nein, Scherz. So Leute, die Hälfte der Kugeln sind schon drauf. Und, ja, ihr seht schon, ein geiler Tannenbaum. Und wir sehen uns, wenn der Tannenbaum fertig ist. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Tannenbaum. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ich mache nochmal das Licht aus. So sieht er aus, wenn man das Licht ausmacht. Auf jeden Fall nice. Auch mit den Dinger-Booms da hängen da. Diese Teile ist auch mega geil. Und die Kugeln. Hi. Und, ja, ich mache mal wieder das Licht an. Und, ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch groß beschenken. Also, richtig viele Geschenke. Und, ja, dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Kein Dislike. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und dann sage ich mal, tschüssi, Leute. Und, auf jeden Fall, guckt auf meinen Shop vorbei. Wenn ihr noch gegrüßt werden wollt oder eine Kanalvorstellung haben wollt, dann unten in die Kommis. Und seid schlau. Guckt BastiTV. .